Balkongarten und Gemüse auf dem Balkon anbauen ist voll im Trend. In diesem Video zeige ich dir 15 Gemüse, die du auch auf dem Balkon anpflanzen kannst. Auch der kleinste Balkon eignet sich als Balkongarten und einige Gemüse kannst du sogar im Blumenkasten pflanzen. Man glaubt es kaum, selbst auf einem 3 Quadratmeter Balkon lassen sich schon eine beachtliche Menge an unterschiedlichen Gemüsesorten, Kräutern und Salat unterbringen. Ob Pflücksalat, Schnittsalat oder Kopfsalat. Salat kannst du in allen Varianten auf deinem Balkon anbauen. Ja sogar im Winter gedeihen Felsalat oder Postelein. Salat kannst du in einem Balkonkasten, im Kübel oder in einem kleinen Balkon hochbepflanzen. Richtig gut geeignet für den Balkon sind Pflücksalate wie Lolo Rosso, Lolo Bionda, Eichblattsalat oder Batavia Salat. Am einfachsten ist es, wenn du vorgezogene Jungpflänzchen in der Gärtnerei oder im Gartencenter besorgst. Denn dann hast du, verglichen mit einer Direktsaat, schon einen zeitlichen Vorsprung und kannst schneller ernten. Beim Einpflanzen von Salat solltest du folgendes beachten. Die Pflänzchen auf jeden Fall nicht zu tief in die Erde einsetzen. Das Salatherz muss immer etwas höher stehen als die Erdschicht. Und hier noch mein Tipp für die Ernte. Zupfe nur die äußeren Blätter am Strunk ab und lasse das Salatherz stehen. Dann wächst der Salat von innen heraus immer wieder nach und du kannst alle paar Tage neu von außen ernten. Falls du noch neu beim Balkongärtnern bist, dann starte am besten mit Radieschen. Sie sind das ideale Anfängergemüse und gelingen fast immer. Radieschen wurzeln nicht sehr tief, daher kannst du sie ohne Probleme im Balkonkasten oder sogar in einem Blumentopf anbauen. Aussäen kannst du von März bis August. Wenn du alle zwei bis drei Wochen wieder neu aussäst, dann kannst du von April bis Oktober laufend frische Radieschen ernten. Radieschen sind ziemlich pflegeleicht. Sie benötigen einen sonnigen oder halbschattigen Standort und du musst darauf achten, insbesondere bei trockenem und heißem Wetter ausreichend zu gießen. Radieschen wachsen richtig schnell. Wenn du im Frühjahr ausgesät hast, dann dauert es ca. 6 bis 8 Wochen und du kannst schon die ersten Radieschen ernten. Karotten, Möhren oder gelbe Rüben, wie du sie auch immer nennen magst, kannst du prima im Topf oder in einem kleinen Balkonhochbeet anbauen. Für normale Karotten muss der Topf mindestens 20 bis 30 Zentimeter tief sein. Mittlerweile gibt es aber auch kürzere, eher kugelige Sorten mit einer Länge von 5 bis 9 Zentimeter. Die kannst du sogar im Balkonkasten anpflanzen. Es ist das erste Gemüse, mit dem du in die Balkongartensaison starten kannst. Denn draußen aussehen kannst du schon ab Mitte, Ende Februar. Wie bei fast allen Wurzelgemüsen brauchst du für Karotten nicht unbedingt einen Südbalkon, denn sie wachsen auch im Halbschatten. Wenn du deine Karotten gleichmäßig feucht hältst, dann kannst du nach ca. 3 bis 4 Monaten ernten. Du wirst von dem tollen Geschmack selbstangebauter Karotten begeistert sein, denn sie schmecken um Welten besser als die Karotten, die wir aus dem Supermarkt gewöhnt sind. Der leckere Mangold ist ein richtig tolles Gemüse und er ist einfach perfekt für den Anbau auf dem Balkon geeignet. Wenn du eine Mangold-Sorte mit bunten Stielen wählst, dann macht das auch noch optisch so richtig was her in deinen Töpfen. Mangold kannst du sehr gut selbst vorziehen oder du besorgst dir Jungpflanzen in der Gärtnerei oder im Gartencenter. Die Pflanzen sind sehr robust und die meisten Sorten vertragen sogar leichten Nachtfrost. Daher kannst du sie auch schon vor den Eishalligen draußen einpflanzen. Mangold kann einigermaßen groß werden. Achte also darauf, dass du einen ausreichend großen Topf wählst, damit die Pflanze auch genügend Platz hat, um sich gut zu entwickeln. Den Mangold kannst du wie Pflücksalat ernten. Sobald die Blätter 15 bis 20 cm groß sind, die äußeren Blätter mit einem scharfen Messer am Strunk abschneiden, Herzblätter in der Mitte stehen lassen, dann wächst der Mangold immer wieder nach und du kannst ihn regelmäßig beernten. Neben Mangold kannst du natürlich auch Spinat relativ problemlos auf dem Balkon anbauen. Spinat ist allerdings nicht ganz so einfach wie Mangold. Er neigt gerne zum Schießen und geht schnell in die Blüte, vor allem im Sommer, wenn es sehr heiß ist. Daher empfehle ich dir, den Spinat entweder im zeitigen Frühjahr oder im Herbst anzubauen, denn bei kühleren Temperaturen gelingt er einfach viel, viel besser. Am besten sähst du ihn zusammen mit den Karotten im Februar oder März aus. Aussehen kannst du in einem Balkonkasten oder idealerweise in ein kleines Balkonhochbeet. Denn auch wenn es nicht so aussieht, bildet Spinat eine relativ lange Pfahlwurzel aus und deshalb sollte dein Pflanzgefäß mindestens eine Höhe von 20 cm haben. Ernten kannst du bereits nach 6 bis 8 Wochen. Wie auch Mangold erntest du Spinat am besten wie Pflücksalat, also immer nur die äußeren Blätter abzupfen und das Herz stehen lassen. Dann kannst du nämlich mehrmals ernten. Auch Kohlrabi eignet sich hervorragend als Balkongemüse und er gedeiht sogar im Halbschatten. Er ist also auch prima für Balkone geeignet, die nur 3 bis 4 Stunden Sonne pro Tag bekommen. Bekommt der Kohlrabi nicht ganz so viel Sonne, dann werden die Knollen zwar nicht so groß, dafür bleiben aber die Blätter schön frisch und knackig, denn die kannst du auch essen. Aussehen kannst du von April bis Juni. Wer keine eigene Aussaat machen möchte, holt sich vorgezogene Jungpflanzen im Gartencenter. Kohlrabi kann man wunderbar in Blumentöpfe, ins Balkonhochbeet oder in einem Pflanzsack einpflanzen. Dabei solltest du jedoch darauf achten, den einzelnen Pflanzen ausreichend Platz zu geben, damit der Kohlrabi Platz für die Entwicklung einer schönen Knolle hat. Nach ca. 8 bis 12 Wochen kannst du auch schon ernten. Etwas problematisch für Kohlrabi kann der Kohlweißling werden. Die hübschen Falter legen ihre Eier auf den Blättern ab und die daraus schlüpfenden Raupen sind wirklich sehr gefräsig. Schutznetze über den Pflanzen bieten hierbei Abhilfe. Wenn du rote Beete genauso magst wie ich, dann solltest du sie unbedingt auch mal in einem großen Topf oder Pflanzsack auf deinem Balkon ausprobieren. Rote Beete sind ideal für Balkone, die im Halbschatten oder sogar im Schatten liegen. Die Knollen der roten Beete im Schatten werden zwar nicht ganz so groß, dafür wachsen die Blätter aber grün und saftig. Und das ist richtig klasse, wenn man auch die Blätter verarbeiten möchte. Falls du Anfänger bist, dann ist die rote Beete ein tolles Gemüse für den Start. Denn sie ist sehr pflegeleicht und du musst nicht viel beachten. Einzig musst du aufpassen, dass der Topf ausreichend tief ist. 30 cm hoch sollte er schon sein. Ich pflanze immer in meine Pflanzsäcke. Das hat sich in der Vergangenheit sehr gut bewährt. Aussehen kannst du indirekt zart von April bis Juli. Nach ca. 4 bis 6 Wochen sind dann auch schon die ersten Knollen sichtbar. Rote Beete kannst du problemlos bis in den November hinein draußen wachsen lassen. Und so kannst du auch im Herbst noch eine tolle Ernte vom Balkon genießen. Frühlingszwiebeln gedeihen am besten an einem sonnigen Standort. Aber auch Halbschatten ist möglich. Auf dem Balkon kannst du sie sehr gut in einem Balkonkasten oder Topf anbauen. Aussäen kannst du zwischen März und Mai für die Ernte im Juni. Es gibt aber auch spezielle Wintersorten. Die werden im Spätsommer ausgesät und erst im darauffolgenden Frühjahr geerntet. Wenn du hauptsächlich die aromatischen Röhren der Frühlingszwiebeln verwenden möchtest, dann gibt es auch noch einen ganz einfachen Weg. Pflanze ca. 5 cm lange Endstücke von gekauften Frühlingszwiebeln in die Erde. Sie treiben wieder aus und du kannst sie immer wieder abschneiden und ernten. Für die Mischkultur mit Frühlingszwiebeln eignen sich sehr gut Salat, Karotten oder Gurken. Auberginen sind jetzt zwar nicht jedermanns Sache, aber wenn du sie gerne magst, dann kann ich dir nur empfehlen, sie auch mal auf deinem Balkon zu pflanzen. Voraussetzung ist allerdings, dass du einen Südbalkon hast, denn Auberginen brauchen sehr viel Sonne. Für den Anfang besorgst du am besten Anfang, Mitte Mai eine Jungpflanze im Gartencenter. Diese kannst du nach den Eisheiligen in einen großen Kübel oder in ein Balkonhochbitt pflanzen. Normale Auberginen kannst du natürlich auch problemlos im Topf anbauen. Aber Mini-Auberginen wachsen kompakter und werden nicht so hoch. Die kleinen, eiergroßen Früchte sind sehr aromatisch und in der Regel auch nicht bitter. Circa 8-10 Wochen nach dem Auspflanzen kannst du auch schon die ersten Früchte ernten. Auberginen sind reif, wenn sie eine kräftig dunkle Farbe haben und noch schön glänzen. Und wenn die Schale auf leichten Druck etwas nachgibt. Paprika ist perfekt im Kübel auf dem Balkon. Das funktioniert teilweise sogar noch besser als im Garten. Aber auch für Paprika brauchst du einen Südbalkon, denn Paprika wächst nur mit Sonne. Wenn du noch Anfänger bist und deine Paprika nicht selber vorgezogen hast, dann kannst du dir ab Anfang Mai Jungpflanzen im Gartencenter besorgen. Damit die Pflanze schöne große Früchte ausbildet, solltest du sie in einen großen Kübel pflanzen. 20 Liter sollte er mindestens haben. Paprika sind sehr wärmeliebende Pflanzen und vertragen keinen Nachtfrost. Daher gilt auch hier, Eisheilige Mitte Mai abwarten, bevor die Pflanzen über Nacht auf dem Balkon bleiben können. Die Kulturdauer von Paprika ist relativ lange. Da brauchst du etwas Geduld. Bis aus den ersten Blüten nennenswerte Früchte entstehen, kann es auch drei Monate dauern. Und bis sie dann noch Farbe bekommen, geht ein weiterer Monat ins Land. Dafür wirst du aber begeistert sein, wie unglaublich lecker eine frisch geerntete Paprika vom eigenen Balkon schmeckt. Sogar Zucchini lassen sich prima auf dem Balkon anbauen. Voraussetzung ist allerdings, dass du ausreichend Platz hast. Denn Zucchini-Pflanzen werden richtig groß. Ein großer Kübel mit 20 bis 30 Liter versteht sich davon selbst. Ideal wäre es sogar, wenn du zwei Pflanzen anbauen kannst. Denn damit kann später die Zucchini leichter bestäubt werden. Auch für Zucchini gilt, sie sind sehr frostempfindlich, daher Eisheilige abwarten. Zucchini sind Starkzehrer und benötigen ausreichend Nährstoffe. Düngen also nicht vergessen. Und sie hat einen sehr hohen Wasserbedarf. Daher ist regelmäßig Gießen also Pflicht. Dafür wirst du mit einer schnellen Kulturdauer belohnt. Circa 6 bis 8 Wochen nach dem Auspflanzen kannst du schon das erste Mal ernten. Ernte die Früchte, wenn sie noch relativ jung sind, circa 10 bis 20 cm lang. Zum einen schmecken sie dann besser und zum anderen wird dadurch das Wachstum neuer Blüten angeregt und du bekommst einen höheren Ertrag. Pak Choi kennen jetzt vielleicht nicht alle, aber es ist ein richtig tolles Kohl-Blatt-Gemüse für zum Beispiel Wok oder Gemüsepfannen. Und er gelingt richtig gut auf dem Balkon, auch wenn du noch Anfänger bist. Wenn du statt normalem Pak Choi den Mini-Pak Choi anbaust, dann passt er sogar prima in einen Balkonkasten. Aussäen kannst du in Direktsaat von Mai bis August. Als Erde verwendest du am besten eine Gemüseerde mit Kompost, denn Pak Choi ist ein Starkzehrer und benötigt ausreichend Nährstoffe. Hat er ideale Bedingungen, dann ist er sehr schnell wüchsig und du kannst bereits nach 8 bis 10 Wochen ernten. Buschbohnen sind, auch für Anfänger, richtig einfach und problemlos anzubauen. Gegenüber Stangenbohnen haben sie den Vorteil, dass sie nicht zu hoch werden und du keine Ranggitter benötigst. Am besten pflanzt du sie in einen großen Kübel, damit sich die Wurzeln gut entwickeln können. Draußen stecken kann man Bohnen ab Anfang Mai. Sie vertragen absolut keinen Nachtfrost, startet deshalb also auf keinen Fall zu früh. Ideal ist es, die Buschbohnen in einer sogenannten Horstsaat zu pflanzen. Hierbei steckt man ca. 5 Bohnen zusammen in ein Loch. Dies hat den Vorteil, dass sich die Pflanzen nachher gegenseitig stützen können. Nach ein paar Wochen kannst du schon die ersten Bohnen ernten, denn sie wachsen wirklich richtig schnell. Regelmäßig gießen, damit sie nicht austrocknen und du wirst für mehrere Wochen immer wieder eine schöne Ernte einholen können. Gurken sind ideal für den Anbau in Töpfen oder Kübeln geeignet. Vorausgesetzt, der Topf ist auch ausreichend groß. 20 Liter sollte auf jeden Fall haben. Für den Anbau auf dem Balkon eignen sich beispielsweise Snack- oder Landgurken. Du kannst deine Gurken entweder ab Mitte April im Haus vorziehen oder ab Mitte Mai direkt draußen aussäen. Gurken benötigen einen nährstoffreichen Boden, also am besten gibst du beim Auspflanzen gleich etwas Langzeitdünger ins Pflanzloch. Dann ist die Pflanze erstmal einige Zeit versorgt. Beim Standort solltest du darauf achten, dass die Gurken schön warm, sonnig und vor Regen geschützt stehen. Regelmäßig gießen ist Pflicht, aber Staunässe vermeiden. Fast alle Gurken benötigen eine Rankhilfe. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du sie an einer von der Decke gelassenen Schnur anbinden und hochranken lassen. Das wohl beliebteste Gemüse für den Anbau auf dem Balkon sind Tomaten. Tomaten sind perfekt, wenn du einen Südbalkon mit ganz viel Sonne und eventuell auch noch eine Überdachung hast. Denn Regen auf Tomaten fördert Pilzkrankheiten. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an speziellen Balkontomaten. Sie sind vom Wuchs her kleiner und kompakter und nicht so ausladend wie die Freilandtomaten. Du kannst sie ideal in Töpfen oder Kübeln pflanzen, sogar wenn du nur einen kleinen Balkon hast. Der Vorteil von Balkontomaten ist, dass sie in der Regel keinen Tomatenstab als Rankhilfe benötigen und auch nicht ausgegeizt werden müssen. Wie auch Gurken benötigen Tomaten ordentlich Nährstoffe und ausreichend Wasser. Also auf keinen Fall das Düngen vergessen, am besten mit einem speziellen Tomatendünger. Und immer regelmäßig und gleichmäßig gießen. An heißen Tagen im Hochsommer musst du wahrscheinlich sogar morgens und abends gießen. Wenn du deine Tomaten selbst anbaust, dann wirst du über den Geschmack begeistert sein, denn sie sind so viel fruchtiger und aromatischer als ihre Kollegen aus dem Supermarkt. Wird auch noch nicht so gut? Ja. Ja. Wird auch noch nicht so gut.